Jo Leute was geht ab und willkommen auf dem GrabNation Kanal und heute testen wir mal den Topspeed von meiner schönen 701 ich hab das schon zweimal aufgenommen und ich fange fast jedes mal an zu weinen weil es mir so weh tut für meine schöne Maschine wenn ich die so hochdreh aber es hat jedes mal nicht einmal hat es abgebrochen und einmal war der Ton für den Arsch danke danke GoPro dafür naja heute das finale und letzte mal heute wird es klappen da bin ich fest davon überzeugt wir testen jetzt einfach mal wie schnell sie denn läuft ich werde jetzt hier auf die Autobahn auffahren es ist zwar nicht brutal steil aber es geht auf jeden fall bergauf und deswegen wird es natürlich umso schwieriger sein ich hoffe ich habe dann eine freie fahrt um sie dann auch mal auszufahren kann euch auf jeden fall schon mal sagen die läuft echt richtig schnell muss ich echt sagen seid gespannt auf jeden fall ich war jetzt auf die Autobahn auf und dann sehen wir uns dort wieder ich weiß leider nur nicht mehr ob er mich dann noch versteht während ich auf der Autobahn bin aber ich werde mich ja dann eben bisschen rein hocken oder ein bisschen bisschen wind schnittig machen sage ich jetzt einfach mal hier weil es sonst eh nicht zum aushalten ist mit der Maschine und ja Freunde die Maschine ist warm gefahren wir fahren einfach jetzt hier die ordnungsgemäße Geschwindigkeit dann werden wir automatisch ein bisschen Abstand zu den vorderen bekommen weil eh keiner vorschriftsmäßig fährt oh ja es sieht mal frei aus ja läuft mein scheiß bändel vom pulli klappert immer auf dem helm tut mir leid wenn es klackert und 150 haben wir schonmal 170 180 und jetzt sieht einer vorderen aus ja moin danke dir also innerhalb von kürzester Zeit auf 180 läuft auf jeden fall mal Junge überholt mit 5 kmh Unterschied 130 140 150 160 170 180 ja naja ihr habt es auf jeden fall gesehen wir können ja jetzt noch mal die eine ausfahrt runter fahren vielleicht kriegen wir da ja noch ein gutes tempo hin 100 198 hatten wir jetzt ja auf der tacho uhr stehen so testen wir es noch mal ich hoffe ich nehme noch auf ok ja 100 130 naja tut mir leid mehr ging jetzt nicht es ist ja eh schon wieder einer rausgeschert ist gerade leider viel verkehr vielleicht macht ja noch meinen zweiten teil wenn ihr darauf bock hat ich kann auch auf jeden fall schon mal sagen top speed bei mir war als ich schon mal getestet hat bei 203 kmh naja schreibt es mir mal rein ob ihr ein teil 2 sehen wollt ja und ich hoffe euch hat das kurze video gefallen und dann sieht man sich spätestens beim nächsten video ja dann sage eigentlich nur noch danke fürs zuschauen leute bis zum nächsten mal tschau